Hey zusammen, willkommen zurück zu Happy Wheels. Wir machen weiter mit dem Level von... Tülfra? Auch wieder hier mit GLP TV. Also falls ihr irgendwie Level erstellen wollt, gerne unter dem Namen hier. GLP TV Ausbruch. Zwei, ne, eineinhalb Sterne. Ja, super. Hallo Jim, let's play. Dies ist meine erste Map. Es ist lösbar. Hä? Was macht Timmy denn da? Warte mal, ich kann noch... Ach, okay, ups. Ich dachte gerade, mein Timmy wäre da oben, aber der sitzt da hinten drauf. Ich denke, man kann Timmy einfach da hochschleudern. Und dann C drücken oder SDRG und den dann da hoch. Ja, ich meine, das könnte ich jetzt ewig ausprobieren, aber das macht ja wenig Sinn. Ah, ja, komm. Jetzt flieg, du Scheißkind. Ah, ha, 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 geil. Ich hab's echt so schnell hingekriegt. Ich bin einfach... Oh, gut. So, Jimlitz Blade V oder GLP TV Blut. Mist, da hat das gemacht. Ich glaube nicht, dass du das Level schaffst. Warte nicht zu lange. Oh, ja, klar. Gar nicht vor. Oh. Hä? Soll ich denn da dran vorbei? Ah, boah, wie gemein. What the fuck? Oh, yeah. Okay. Einfach warten. Nein. Nein. No. Also nicht warten. Einfach gegen klatschen oder was? Oh, ja. Ne, ich denke, man muss echt einfach warten. Komm. Nein, nicht nach hinten. Hä? Was denn jetzt? Oh, 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 oh. Ha, ja, Heidewitzka. Oh, nee, 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 nee. Ey. Musst er mich denn genau treffen? Ja. Super. Messer ins Gesicht rein. Oh, nee. Also kippt es doch, wenn ich da nicht gegen klatsche, wie so ein Affe. Komm. Ja, so geht's natürlich bedeutend schneller. Oh, tut mir leid, Timmy. Oh, oh, oh. Oh, fuck. Fuck. Achso, in einer Zeit öffnet sich der Pussyweg. Ach, ist doch kein Problem für mich. Hä? Hä, warum ist denn mein Kopf abgegangen? Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Was hatte das denn? Oh, tut mir leid. Oh, da liegt sein Arm. Nein. Oder sein Bein. Das ist, glaube ich, sein Bein. Oh, lass das Kind ruhig da. So, ich habe seinen Fuß noch. Komm. Like a GLP. Dann meiner wahrscheinlich die Methode. Hä? Warum bin ich denn da gerade gestorben? Alter. Ja, 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 ja. Ja, victory. Ich bin einfach der Pro, Mann. Ich bin einfach der Pro. Ha, ja, geil. GLP TV Flüchtling von That Double Power Y J J Genau. Das hat mich, glaube ich, ein bisschen verwirrt. Das ist mein zweites Level und bla 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 bla. Flüchtling durch die Stadt. Okay. Steht da? Bleiben Sie stehen. Entkommen der Polizei. Stehen bleiben. Komm doch mit. Willkommen in unserem Restaurant. Darf ich Ihre Bestellung aufnehmen? Ich hätte gern einen weggeplatzten Kopf. Oh. Dann nicht. Oh, ja. Boah, ich töte ja niemanden. Das hat der echte Weihnachtsmann. Nein, der Stuhl ist kaputt. Der Stuhl. Der Tisch ist kaputt. Ah. Der ist zu fett. Mann, nimm doch ab, ey. Jetzt komm. Ah. Ja, ja. Ja. Ah. Ja, geil. Er liegt. Er liegt. Komm, den Kopf zer... Jetzt habe ich ihn wieder aufrecht hingesehen. Ich kriege zu viel. Ich gehe ein bisschen zurück. Ja. Ja. Oh, ja. Komm. Boah, ist so ätzend. Alter, kannst du ihn bitte noch mal in den Weg stellen? Jetzt ist da noch ne... Ja. Danke. Danke. Und ich habe niemanden zersmashed. Uncool, Alter. Ja, beim Kackenstern ist echt uncool. Komm. Oh, nein. Das ist wie teuer Toiletten sind. Boah, ist das ätzend. Kannst du bitte das nächste Mal noch einen ekelhafteren Typen nehmen für sowas? Oh. Ich glaube, ich wurde geschnappt. Charakter switchen geht nicht. Mal gucken, ob ich beim zweiten Mal schneller durchkomme. Ja, guck mal. Schon keine Nervensäge. Oh. Und hüpf. Ja. 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 Oh, ja, nee. Oh. Das wollte ich natürlich nicht. Jetzt haben wir hier einen Tisch. Oh, da rollt der Kopf auch schon. Komm. Nein, mach nicht die Keramik kaputt. So, und jetzt nach vorne. Komm. Ah, nee. Nee. Komm schon. Ja. Also, macht echt keinen Spaß, das Level. Muss man sagen. Mal. Immer dieses Hängenbleiben. Jetzt komm. Ja. Was soll das denn mit überleben? Sie sind umzingelt. Ergeben sie sich. Halt. Oh. Victory. Ah, sehr nervig. Sehr, sehr nervig. GLP TV. Okay. Was ist da jetzt drin? Hallo, was ist denn hier drin? Och, nö. Ah, es geht. Den Schalter drücken. Hallo GLP, willkommen bei meinem ersten Level für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Hoffe ich auch. Oh, ups. Das war nicht spaßig. Äh, sowas bitte lassen. Also, dass man am Anfang direkt einen Schalter drücken muss. Ich meine, außer es wird immer Tollet getriggert. Aber wenn das einfach nur zum Starten ist, ist das echt überflüssig und nervt auf Dauer. Oh. Nein, 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 nein. Oh, ich glaube, die Sachen kommen jetzt runter. Ja, das war so klar. Ist aber nett, nett gelöst. Nur bin ich leider der Pro, was das angeht. Auch wenn ihr gerade irgendwie einen Arm verloren habt, habe ich einen Arm verloren? Ja, klar, ne? Oh, ne. But run. Oh. Alter. Das hört sich aber richtig knapp. Ich wäre festgestorben. Komm schon. Oh, ja. So geil. Und. Body Slam. Wop, 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 wop. Da, 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 da. Löff ich. Ich habe es überlebt. Oder? Ja. Komm mal. Ich benutze gerne auch mein Bein. Excel to Menü. Äh, GLP TV. Jai. Sniper Hot. Den kennen wir doch schon. Habt ihr noch ein Level gemacht? Komm, nehmen wir nur mal den. Ein epischer Kampf. Das sieht schon wieder ein bisschen nervig aus. Ii. Was macht der denn da? Oh, nee, nee, nee. Mega Boss. Alter. Das arme Kind. Stell dir mal vor, es wird so eine Krankheit geben, wo einem so komische Stacheln aus dem Kopf wachsen würden. Dein neuer Freund. Wie soll er heißen, Manuel? Ananasmann? Ich weiß es. Ananasmann rettet den Tag. Muss er jetzt da lang oder muss ich hier reinfallen? Unter weh, ich muss nicht da rein. Doch. Ha. Oh. Wir sind verbunden. Oh, nee. Oh, Mann. Kennzeichne doch bitte, wo man langen muss. Ah. GLP TV. Happy Knall von KillGoPro. Hey, GLP. Hofe. Mein Level gefällt dir. Bitte bewerte es. Tanks. Okay. Ja. Okay. 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 Ich mein, ich muss schon gestehen, das hat man bei der Rechtschreibung eigentlich auch erwartet. Remake von GLP TV Schwert werfen. Viel Spaß bei meinem Level. Ho, ja. Ho, ho. Einer ist tot. Oh, ja. Geil. Komm. Den er. Oh, nein. Anstatt der Scheißkind noch trifft. Fuck. Fuck. Nein. Nein. Oh, das ist schlecht. Okay. Nummer neu. Oh. Oh. Ich habe zwei Schwerte in der Hand. Vielleicht können wir jetzt eins nehmen. Ja. Ja. Winning. Eins, bitte. Oh. Okay. Bis jetzt haben wir jedes Schwert gut genutzt. Na. Double Penetration. Komm, komm, komm. Oh, wie knapp. Ja. Ja, 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 ja. Komm, nur noch die Frau da unten. Wuhu. Wuhu. Wird er treffen? Wird er treffen? Ne, natürlich nicht. Ja. Ja, geil. Oh, schön. Das ist geil. Da unten ist so ein Hidden Text. Aber wie komme ich da hin? Komm. Ja, reiß dir alles raus. So, jetzt, jetzt, flutsch. Ach, keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. So, egal. Komm. GLP TV Jetpack von MrBacons139. Hey, gib mir Farme. Ne. Vielleicht nicht. Alter, was ist das denn? Dö, 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 dö. Dö, dö, dö. Ich habe einen Jetpack und fliege hier rum. Ich glaube, das ist nicht gewollt, dass ich da drüber fliege, ne? Oh, Hilfe. Ah, ich habe meinen Jetpack verloren. Rollattacke. Oh. Ah, nee. Ha, ha, nee. 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 Alter, ich bin der Pro. Auch wenn ich gerade mein Unterleib verloren. Ich mache es nochmal. Es ist echt schön. Komm. Ah. Nochmal. Das ist echt ein cooles Level. Müsst ihr mal ausprobieren. Komm, komm, komm. Ah, shit, Mann. Oh, ja. Oh, nee, 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 nee. Nee, nein, nein, nein. Alter, da habe ich einfach mal den Kopf verloren. Aber es ist eigentlich, also, auch wenn es gerade so heftig wackelig aussieht, geht es eigentlich. Also, irgendwie dreht er sich wieder in die richtige Richtung. Auch wenn man schon fast rumgedreht hat, ist. Ja, macht Spaß. Ja. Ich würde das gerne mal schaffen, ohne zu sterben. Geht bestimmt auch. Ja, ich habe mir vielleicht den Hals so ein bisschen angeknackst, aber ich lebe nach. Oh, mein Kopf ist an der Brust. Naja. Tun wir einfach mal so, als wir noch leben würden. Ich kann mich noch bewegen. Geht das noch? Ich glaube, ich bin tot, oder? Vor allem, ich rutsche auch gerade. Nee, ich glaube, ich lebe noch. Bewegen kann man sich ja nicht mehr, wenn man im Ziel ist, oder? Ich glaube nicht. Ich gehe mal davon aus, dass du nur lebe. Ich gehe mal davon aus. So. Dann runden wir den Part mit dem Level von Deaths 3 Ass ab. Weh, du zockst es nicht. Werf die Mine auf diesen Hater. Ja. Oh. Ich bin doch nicht selber mein eigener Hater, oder? Oh, ja. Oh. Das war jetzt eher perifär. Alter. Nein. Komm. Ah. Ach, Mann. Ah. Oh, das geht doch gar nicht. Wie schwer ist es denn, Hater umzubringen? Ah. Ich darf nicht so sehr schwingen. Ey. Das geht nicht. Komm. Nein. Ja. Das geht nicht. Aua. Flieg. Ja. Ja. Nimm. Ich nehme deine Hand. Komm schon, Hater. Komm schon, Hater. Los. Ah, nee. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wartet hier mit dem Part. Wenn nicht, wenn ihr ihn bewerten könntet. Wir sehen uns dann vielleicht nächste Woche wieder. Tschüss. Ja. Oh. Mal explodieren, los. Komm. Genau, den Tisch hoch. Hulk ist wütend. Das geht nicht. Newующ reMel europe. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.